Das ist mein Zuhause. Bei uns kann man fischen, jagen und tolle Sonnenuntergänge genießen. Das einzige Problem ist das Ungeziefer. Naja, an den meisten Orten gibt es Mäuse oder Mücken. Bei uns gibt es... Mein Name ist Hex. Ich wollte schon immer ein großer Wikinger werden. Denn der Kampf gegen Drachen ist unser Leben. Nein, das willst du nicht. Aber schon röst mich raus. Ich muss große Taten vollbringen. Du kannst keinen Hammer heben, du kannst keine Axt schwingen, du kannst nicht mal sowas hier schmeißen. Aber das Ding hier kann es für mich übernehmen. Entschuldigung. Von dem Machen von Shrek. Ach, na super gelaufen jetzt. Und Madagaskar. Sei ein Raber-Drachen. Alles klar. Nein, nein, nein. Alles was wir über euch Drachen wissen, ist falsch. Ich gehe gut. Astrid ohne Zahn. Du bist sowas von fällig. Wir sind erledigt. Wird ein Abenteuer. Vater, ich will lieber kein Raffenkämpfer werden. Zwei Welten verändern. Du hast sie wohl nicht alle. Oh, das gefällt mir. Ich muss dir was zeigen. Ganz schacht. Na klasse, schönen Dank auch, du nutzloses Reptil. Dreamworks Drachenzähmen leicht gemacht. Auch in 3D. Ausatmen ist ein Rinder. Die Spunfolde. Kurslında Das Problem ist, dass die Spunzelwerb abonniert. Die Spunzelwerb er абсолютно bei uns Doyen niederabschmbol. In der enhancing stehe. Bis zu sein. Vielen Dank.